Herzlich willkommen zu einem neuen Passive Income Quickie. Ich möchte dich in 60 bis 90 Sekunden eine ganz kurze Einführung in verschiedene Modelle geben, um dir ein passives Einkommen aufzubauen. Und heute möchte ich mit dir über das sogenannte Crypto Trading sprechen. Dafür schmeiße ich jetzt meinen Wecker an, damit ich mich auch wirklich an die Zeit halte und dann geht's direkt los. So, unter Crypto Trading verstehst man, dass du verschiedene Kryptowährungen gegeneinander tauschst und somit von den Kursdifferenzen der einzelnen Kryptowährungen profitierst. Stell dir zum Beispiel vor, du kaufst Bitcoins und wenn der Kurs von Bitcoin zu Ethereum zugunsten von Ethereum steht, verkaufst du Bitcoin und kaufst dafür Ethereum. Genauso kannst du das bei ganz vielen anderen Kryptowährungen machen. Und dann die positiven Kursdifferenzen, Vereinnahmen zwischen diesen Kursen, um dir damit ein Einkommen, einen weiteren Einkommensstrom aufzubauen. Du solltest allerdings wissen, das bedarf viel, viel Kenntnis, viel Marktkenntnis, viel Chartanalysekenntnis und ist auch nicht ganz passiv, sondern du musst einiges machen. Allerdings ist es eine sehr, sehr spannende Möglichkeit, um enorm große Renditen einzufahren, wenn du es beherrschst. Und bitte denk daran, alles, was mit Kryptos zu tun hat, hat ein hohes Risikopotenzial. Mach das also wirklich nicht mit deinem letzten Groschen, sondern mit Geld, was du im schlimmsten Fall auch verlieren kannst. So, ich bin jetzt bei 70 Sekunden. Hat also geklappt. Insofern, falls für dich spannend ist, dich über weitere Modelle zu informieren, die du zum Aufbau von passivem Einkommen verwenden kannst, dann schau dir gerne mal mein Orientierungscoaching für passives Einkommen an. Da gehe ich auf eine Vielzahl von Geschäftsmodellen sehr, sehr ausführlich ein, so dass du am Ende vom Coaching ganz genau weißt, was für Möglichkeiten du hast, einen perfekten Überblick hast und eine gute Entscheidungsgrundlage, um zu sagen, okay, das ist das Geschäftsmodell, in das ich tiefer rein will, mit dem möchte ich jetzt starten und direkt zum besten Experten dafür weitergeleitet wirst. Das ist das Geschäftsmodell, das ist das Geschäftsmodell, das ist das Geschäftsmodell.